Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur Erwärmung. Beim letzten Mal haben wir uns zu ihrem Leidwesen mit Atron beschäftigt. Einiges Nützliches erfahren, einiges Nützliches eingesammelt und über alles Weitere sprechen wir nicht. Wir wollen jetzt mal nach Copscroll Ausschau halten. Ich weiß, dass die im Strange Cave ist. Ich weiß allerdings, der Hinweis ist hier, waren wir hier nicht und ich... Okay, das werden wir nochmal checken. Alles schon so lange her. Ich nehme an, da waren wir schon. Move on. Move on. Gott, ihr seid so lästig. Aber wir gehen jetzt erstmal in Tower of Magi, teleportieren uns dann... zu Erika und gehen von da aus zu Fuß. Das ist, glaube ich, am besten. Hm? Das ist es nicht. Wir müssen hier irgendwo lang. Isolated hut. Da war ich schon mit ziemlicher Sicherheit, ne? Ja. Ja, ich glaube, da war ich schon. Da kamen wir nicht weiter. Wir müssen dann also... Wo ist denn das verdammte... Schon vorbeigelaufen? Da? Da. Okay. 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nein. Meinetwegen. So ist nur noch der eine. Wir finden nichts. Äh... Hier war ich aber schon, ne? Nur um... Äh... Ah, das war der Hinweis. Ähm... We must be careful of the giants. Ja, 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 ja. Okay, das hätte ich mir notieren sollen. Gut, okay. Okay, naja, aber das ist... Haben wir es ja schnell wieder gefunden. Ähm... Können wir davon hier uswab hin? Äh, ne, da müssen wir übers Wasser. Nöööööö. also wir zurück kommt dann hier wohin findet er einen weg wir könnten uns am einfachsten am einfachsten ist es aber das so machen so waren wir können wir schon mal das zaubern und du zaubern ich hoffe dass wir noch ein boot rumliegen haben wir haben auch noch ein boot ich habe schon lange den überblick verloren welches boot wo ist das machen wir natürlich noch das machen wir auch noch so viel zeit muss sein und hier wollen wir hin hier ist a large chasm genau und hier fliegen wir rüber weil wir das können und bevor wir das machen gucken wir uns noch mal unsere leute an wir haben hier noch ein wisdom crystal 2 sogar ihr seid ein bisschen hinterher deswegen chris du ein und wir können ja erst noch nicht benutzen aber das gleiche machen wir jetzt hier mal hopp so dann gehen wir da rein so dann wollen wir mal gucken um na warning this cavern is of limits to all go no further unauthorized users of portal will be summarily slain da ist ein portal unauthorized okay na denn ok da geht was auf gucken wir gleich hin hier haben wir ein portal ok ok hellhounds ok 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 Mhm. Dann fuck you. Ist ja nicht so, dass das noch irgendein Problem wäre. Wo hier ist. Hier ist auch nix. Offene Truhe. Okay. Also irgendwas... Irgendwer hat hier ja diese Portals gebaut. Ich meine, die sind ja nicht natürlich erschienen. Jetzt sind wir wieder hier. Das war also falsch. Es geht da was auf. Es geht da was auf. Gott, wer... Wer baut sowas? How very inconvenient. Aha. When you get close to this wall, it fades away, as if it was an illusion. Beyond it, you see a large stone hall. It is very old and choked with rubble. Only a few crumbling pillars have kept cavequakes from collapsing the whole place. Okay. Da ist ne Menge Rot. Oh ja. Oh! Hier ist gleich Boss Battle. Gut. Hm. Ähm. Okay. Wollte grad sagen. Irgendwie ist das aber da. Du bist nicht schön. Wir können von da doch bestimmt nicht auf dich draufschlagen. Wollen wir das mal testen? Wollen wir das mal testen? Gehen da hin? Okay. Aha. Okay. So. Also, du geh mal nach... Hier. Hier. Okay, das funktioniert ja ganz gut. Oh, da ist ein Benji. Die hab ich gar nicht gesehen. Das tut mir leid. Um dich kümmere ich mich gleich. Oh, hier ist noch eine. Hm. Ich mach trotzdem erstmal den weg. Wir sind hier ja nicht in A-Dom. Da werden wir ja eine Benji überleben. Jo. Hm. Ähm. So. So. Boink. Boink. Tisikowski. Magst du Feuer? Magst du nicht, ne? Oh. War das nötig? Für 18 Punkte. Also jetzt frag dich das mal ernsthaft. Fabrit. Hör auf, bei 95% nicht zu treffen. Das gehört sich nicht. Wenn das die Leute sehen. Okay. Hier haben wir ein Knöpfel. Eis direkt Weaves. Cold Resistance. Wie mittelmäßig. Okay. Ah. Ja, du leber. Bitte. Also, dann wollen wir mal gucken. Wo geht das hier hin? Okay. Wollen wir erstmal gucken, wo das hier hinführt. Wieder an den Anfang. Okay, das ist also unser Rückweg. Schließe ich da raus? Na gut, so kompliziert ist es nicht. Okay. Commander Vela. Vela. Nicht Viola, Vela. Elite Vela, okay. Na gut. Ihr wollt da bestimmt Stress. Guck hier mal rein. Aha. Geh mal wieder raus. Bleib da mal stehen, du. Ne, geh nach da. Ja. Kannst du irgendwen damit treffen? Empire Infiltrator. Evil Trader. Das ist schön, dass ihr sogar so ein Namensschild habt. Okay, das ist hier eine ganze Menge. Okay. Ich würde sagen, wir bleiben hier erstmal aus taktischen Gründen hinten stehen. Und wollen wir mal gucken, ob du hier irgendwo irgendwen erreichen kannst. Wahrscheinlich nicht, ja? Wo kommst du denn hin? Wo kommst du denn hin? Bist du da hin? Ja. Okay. Das würde ja bedeuten, dass du da auch hinkommst. Kommst du auch nach hier? Ja. 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 Ja, jetzt mal das. Natsch. Geh mal. Gehört sich das aber nicht hier, du dummer Archer. Geh mal. Moment. Wer ist hier der Kommando? Du bist ein Infiltrator. Treacherous Rogue. Kommando Wähler. Äh. Du bist da weg. Wups. Das wollte ich machen. So, aber danke, dass du dich da hingestellt hast. Das ist nämlich besser für uns. Da können wir jetzt nämlich so machen. Und so machen. Und so machen. Und wir können so machen. Okay, schon keine Lust mehr? Nee, bitte. Okay. Nice. Ah ja. Dank unseres Drachendiebstahls, äh, oder Diebstahl beim Drachen können wir jetzt ja zweimal. Auch ohne Haste. Also, beziehungsweise, wenn Haste nicht funktioniert und du musst das. Okay. Wen willst du damit treffen? Okay, hast du getroffen. Gut. Ja, ja, bitte sehr, bitte sehr, bitte sehr, bitte sehr, bitte sehr. Nur, schiebt doch hier nicht meine Leute durch die Gegend. Das ist ungehörig. Hm, jetzt habt ihr Fafrit nur sauer gemacht. Äh, ich wollte eigentlich, wo ist denn... Hm. 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 Okay, Fafrit, du musst jetzt... Ja, ja, du musst jetzt müssen was einstecken. Okay, ist nun mal Zeit für ein Healing Elixier. Und, ähm... Vielleicht noch eins. So. Ähm. Okay, den Deppen wir mal schon mal los, der da rumstand. Äh, wo hier muss doch irgendwo ein Magi rum. Ach, da. Hm, hm. Okay. Hm. Nee, keine Experimente. Hm, hm. Weil das nicht so schlimm. Auch nicht so schlimm. Hm, so viel Schaden machst du auch nicht. Infiltrator. So, du geh jetzt mal... So, da hin. Das wird den Hellhauen zwar nicht stören, aber... Der ist schon mal weg, der Typ. Und jetzt machen wir das. Dann müsstest du weg sein. Hoffe ich. Du lebst noch. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, come on, Kind Okay, okay So, du bist noch ein Problem Und diese Hellhounds gehen mir langsam auch so ein bisschen auf den Zeiger Um Das ist gut Okay Ähm, muss man irgendwie ein Heilen? Nein, dann kannst du Können wir die beide treffen? Kannst du noch da? Ja, gerade so Bekommen wir immer noch mehr Cave Demon jetzt auch noch Haben wir es noch? Okay 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 Ich sehe schon Ähm Ich sehe schon Okay Ähm Mach mal das Ding weg hier Der nervt Ganz massiv So, kommst du hier irgendwie hin? Jetzt war der nächste Ja, oh Oh, da war ich schlecht Blöden Magier So, da ist der Inquisitor Inquisitor Rala Okay, du hast auch einen Namen Du bist wahrscheinlich auch wichtig Ähm So, da ist der nächste Gut Du bist entsnarrt. Wie lange noch? Sonst noch wer entsnarrt? Sieht nicht so aus. Okay, um... Um... Meine Schaden hast du nicht wirklich genommen. Das hat dich nur ein bisschen da hinten geschoben. Dann machen wir die Soldiers mal weg. Okay, das war schon mal gut. Kommst du nicht hin, dann... ...warte mal hier. Oh, da sind relativ viele Headpoints. Feuer frei. Feuer frei. Okay. Okay, mein Liebermann, gar nicht so unerheblich. Was haben wir denn hier? Äh, Schrums, ähm, ein Mob. Was zu essen, Studded Belt, Fine Rope, Acid, schau her. Äh, Unshield, Chainmail, Shotsword, Chainmail. Okay. Ja, das waren offensichtlich die, die dieses Fort gebaut haben, hier in diesem Strange Cave mit diesen seltsamen Teleportern, um hier hinzukommen. Okay, das gucken wir uns mal genauer an. Das nicht. Oh, wieder ganz gut was zu verkaufen. Bei den Küsteln, wer hat die, hat die überhaupt irgendwer? Du. So, dann wollen wir erst mal gucken, ob hier noch mehr von euch Fatzkens rumlaufen. Sieht nicht so aus. Okay. Looting. Naja. Ja, nee. Ja, nee. Was? Bitte? Ja, Truhe in eurer, eurer persönlichen Habseligkeit. Naja, jeder, wie er mag. Aber das ist ja doch so ein Gemeinschaftsschlafraum. Aber, naja. Äh, who am I to judge? Äh, wer hat die Potions? Die hast nicht du, die hast du, ne? Ja. Äh, hier ist keine Truhe. Da ist auch keine Truhe. Geld. Hose. Und da, hier ist der andere mit den. Also, äh, ja. Also. Speed pushen. Speed pushen, sehr wohl. Äh, hier war ich schon. Da war ich noch nicht. Was haben wir hier? Dämon beschwören oder so? Uh, hier haben wir noch einen Magic & Nutsch. Brauchen wir die eigentlich noch? Oder hat der eigentlich schon festgestellt, dass die keiner mehr haben wollte? Äh, steward, steward, ist, hast du das? Hast du das? Also, überhaupt irgendeiner? Hm. Habe ich immer verkauft, weil den Zauber haben wir selber. So. Äh, speed push. Blood and Wing. Und Purs. Ein Legger. Ah. Wo man die so überall findet, ne? Okay. Okay. Nichts Geheimes mehr, was ich nicht sehe. Okay. Okay. Okay, das brauchen wir noch. Ein Bars. Bags of Meal ist durch. Okay. Aber schön, dass wir es immer noch finden. Hier finden wir... Q1-Elixier. Und Spiel-Elixier. Okay. 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 Willst du? A small man sits on the desk, trembling in fear. He seems very unhappy that you found him. His skin isn't pale. He's come down here from the surface world and recently. The floor scorched and covered with remnants of parchment scrolls. He was able to destroy most of his records before you entered the chamber. As you approach, he stands up straight. He's a wimmy little guy, but he's willing to face his fate with dignity. I am Scribe Winder, head sage for this empire observatory outpost. Do what you will. I will not surrender the secrets of my masters. Calm down, I just want a conversation. Vanites are not savages. We both owe allegiance to the same land. It is only that I was more loyal to it than you. What have you been doing here? Wouldn't you like to know, exile? We are here to observe. That is all, I will say. You at best start speaking. I'll do what I want. Evernight running around the underworld with your minor magics and your precious scimitar. You can kill me if you choose, but I'm not going to tell you anything. What do you know of the scimitar? That group of pitiful rebels? You tell them that this base will be replaced by two. Then four. For every one of you down here, there are a hundred of us above. You have no chance. You won't... Yeah, then schick doch nicht so viel. Also, nur mal so für später. Dann ist es darauf... Dauert es mich doof, wenn er immer mehr Leute runterschickt. Aber ist nur so kleine... Oh, hey. You won't even make a dent. He smirks and backs away. And I won't tell you where the treasure is either. Oops. Tell me more about this treasure. He looks at you slyly, as if this revelation was not entirely accidental. Perhaps there is a treasure. Why don't you go looking for it? Just leave me here. You get the treasure and I live. That's the fair deal. Um. What is the treasure? The scroll. We took it from a dragon. It's valuable. Take it and let me go. It's in a box in the back bedroom. Please. Wendel begins to make a pathetic spectacle of himself. What little courage he managed to scrape up earlier has faded away. Kill him. You draw your weapon and slay the Empire official with one blow. Your satisfaction with the small taste of engines is short-lived. This is only a small beginning of a long war. Ja, aber irgendwo muss man ja anfangen. So. Um. Ne, ich will da ja mal reingucken. Da finden wir nix. Hier finden wir auch nix. Hier finden wir mehr nix. Aber liegt nur ein Bell druben. Oh ja. Aha. Aha. You find a large object inside the chest. Carefully wrapped in velvet. You pull the velvet aside and see a letter scroll. It's a gorgeous artifact. Illuminated in gold and silver on Drake's skin. Unfortunately, you can't understand any of the writing. You are able to tell from the illustrations that it is about dragons. Okay. Oh. Hi. Wow. Das geht ja schneller als ich dachte. Hm. Wie kannst du den nicht treffen? Wie kannst du den nicht treffen? Aha. 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 Hm. Äh. Wir haben bessere Sachen. Ne, ja. schrubens brauchen wir auch nicht ins nirgendwo und und war eine mit powerlash battle crystal noch mal was hat die irgendwo ist die so und jetzt von der vollständigkeit halber ist hier noch irgendwas anderes geld geld und noch eine word of sucker same as heal but benefits all benefits all und hier finden wir there is a thick book on this pedestal the thick purpose pages occurred with dense strange writing try to decipher it the book is a journal written by someone named windell it describes the creating of this outpost the empire using a considerable amount of magical effort teleported down everyone here as well as a pile of supplies the purpose of this outpost was to observe and study the evernights find out what you've been up to and look for activities that require active suppression it also describes some dealings with the magical creatures down here two events of particular interest first you read about the theft of a scroll from the dragon cough and his resulting destruction of another empire outpost apparently the scroll is somewhere in this fort ja aber hier konnten wir doch gar nicht hier konnten wir doch gar nicht hin ohne freudig scroll zu finden na gut okay wir hätten da dran vorbeilaufen können na gut second is it describes the discovery of several large crystals each of which seem to contain each of which seems to contain the soul of some spirit oder die soul vielleicht crystal soul ähm there seems to be some confusion about what to do with these strange creatures okay okay ob hier irgendwas versteckt in der ecke nope gut glaube dann bin sind wir hier fertig oder ist hier noch irgendwo irgendwas glaube nicht wahrscheinlich doch nicht hab's noch nicht gesehen das okay na gut dann würde ich sagen gehen wir beim nächsten mal zurück zu Koth bringen ihm seine Schriftrolle und schauen dann mal was wir sonst noch so machen können okay dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder mit mehr Adam Entschuldigung Erwernung zu viel Adam gespielt in letzter Zeit wir sehen uns hier wieder mit mehr Erwernung bis dahin Tschüss Tschüss